Also das ist ja wirklich, das ist so einfach telegrafiert, wann der da aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Ja, da kannst du einfach einmal nach hinten machen, dann bist du da raus. Was ist da denn los? Das fand ich irgendwie nett. Jetzt ist der Controller wieder schön, das hast du gesehen, wie der auf dem Controller... Ja genau, du Kacktiegel! Was fandst du denn jetzt nett an der Situation? Ja, das ist ja total einfach, wie der Pipe ist weg. Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liest er eine Badebuchse, so ist es halt.